Eine Spitzhacke brauche ich. Verdammte Kacke. Hier ist ja alles voll mit Erz. Da ist eine Spitzhacke. Gib die her. Vielleicht gibt es hier ja auch Gold. So schwert weg. Dann hier das Eisenerz kommt mit. So mach mal ein bisschen schneller da. Hier war sie. Okay. Bam. Bam. Rrrrp. 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 Kai. Ruff. Ist das ein Schreck. Puh. Das war's. You Fuck. Fuck cackt. Yes. Jetzt bereilt euch schon. Wenn wir dieses Ding zerlebt haben, müssen wir uns immer noch um einen Hundlein der Grube kümmern. Wo ist da jemand? Okay. Nein, das glaube ich mal nicht. Jetzt bezahlt ihr. Bäm! Scheiss Magierin. Ihr seid doch alle bekloppt. Zauberspruch Mineralär zum Wandeln. Was ist denn das für einer? Sofort mal nachgucken. Zaubertränke. Bücher, Wohnzimmer, Gold. Okay. Wie sieht das Magie-Menü? Müssen wir da alle wandern in Klumpenräus, Eisenherz in Silber oder Silber in Gold um? Aha, sehr gut. Da können wir nun Eisenherz kaufen und daraus Gold machen. Das wäre richtig toll. Nehmt an, hier. Etwas Stand-Up, Granat-Ring. Und Wizenrobe da verändern. Ach, du Kacke, hier haben die einen Mammut zerlegt. Diese Hunde. Mammut. Ich suche nicht den Rüssel, nicht die Stosszene, aber... Und raus nach Himmelsrand. Und raus nach Himmelsrand. Hä? Huch? Huch? Tchiu, tchiu! Ähm... Ja... Das scheint so eine Falle zu sein für Mammut und Wanderer. Da scheint so eine Falle zu sein für Mammut und Wanderer. Überall fallen, ja. Ähm, hallo? Was ist denn los? Was ist denn los? Spitzhockey, hab ich ja. Ich bin ja da schon am Arsch. Naja. Gibt es doch nicht. Hier können wir noch ein bisschen Watt abbauen. Okay. Die haben wir auch eingesackt. Hier haben wir noch. Und das gibt dann richtig viel Gold. Also ich weiss nicht. Nur eins. Das war richtig heftig, dieser Zauber. Okay. Speichern. Gibt es hier noch RC? Da noch was? Nee. Okay. Dann. Können wir schnell zur Drachenfeste reisen. Und dann unsere Rüstung, die muss noch verzaubert werden, fällt mir da gerade ein. Geht ihr hier das legendäre Drachenblut? Doch, ich bin das legendäre Drachenblut. Ich habe sechs. Nee, Moment mal. Ich habe drei. Ich habe vier Drachen umgebracht. Vier. Keiner mehr, aber auch keiner weniger. So, zum Akkernenverzauberer. Gegenstand. Die mit einem gewöhnlichen Seelenstein. Und zwar auf Magika Verstärken. Den verzaubern. Verzaubern. Seelenfalle. Das können wir nur mit einer Waffe Verzauberung abbrechen. Dann hätten wir das. Gehen kurz zu Fahrengar. Haben wir hier Sten da. Das kann weg. Die kann weg. Das kann weg. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier entwinden. Und dann wo ist denn Aventus Aretino? Wo ist denn der Vogt hin? Der müsste doch hier sein. Das kann ich nicht begreifen. Wo steckt denn der? Diese ganze Herumsteherei ist doch Mist. Wir sollten den Kampf für den Sturm entretagen. Und wieder ein Wanderer, der die Stiefel meines Vaters lecken möchte. Hallo? Ich bin nicht her, um mich beleidigen zu lassen, dass das mal klar ist. Wo bleibt denn der Vogt? Wo könnte der denn sein? Siehst du da? 12 ввl nachts. Ähm, Geschichte, Stadtviertel. hier ausgezeichnet ihr habt uns einen grossen Dienst erwiesen hier ist eure Belohnung wie viel? 100 Gold genießt euren Besuch in Drachenfeste danke und nun gehen wir auf dem schnellsten Weg an die Schmiede und schmieden was das Zeug hält hätte ich nie gedacht dass wir auf eine solche Art und Weise an Gold kommen also an Goldbarren nicht an Goldmünzen gib mir ja kurz da dein Zeug so, lass mich doch danke ja, ich bin das neue Mitgliedergefährten hast du was dagegen? ne, ich möchte mich nicht mit dir unterhalten danke ich muss jetzt Magiemenü und da auf alle alle Schutzgeist umbundeln okay wie viel Magie wie viel Mana braucht denn das? volles Mana ich bitte euch nur um ein paar Septime damit ich etwas Essbares brauche ok hat es gefunzt ok hat es gefunzt sonstiges 17 Eisenärz Goldärz Goldärz paar ne, oder? ähm das kann doch nicht euer Ernst sein oder muss ich da einfach länger halten oder muss ich da einfach länger halten 1, 2, 3 hab nicht mal ne Mana trank ok 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 Vielen Dank.